Mein Name ist Philipp Hochstein, ich bin 18 Jahre alt, komme von Würzburg. Meine Position in der Mannschaft ist Stürmer. Meine bisherige Vereine sind SV Eintracht-Nassig, SV Mondfeld, Karlsruher SC, FZF Pforzheim. Und jetzt bin ich vor einem halben Jahr hierher gekommen. Mein persönliches Ziel ist, mich so möglich gut weiterzuentwickeln. Und das Ziel mit der Mannschaft ist, die restlichen vier Spiele noch zu gewinnen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017